100 Tage, 100 Songs Hey, lieben, herzlich willkommen zu 100 Tage, 100 Songs. Heute spiele ich einer von den Guten von Neuser. Hey, du siehst fantastisch aus, was ist mit dir passiert? So hab ich dich noch nie gesehen, bist doch sonst so verpeilt und unrasiert. Hast du nen neuen Job oder hast du jemanden neuen? Ich könnte wetten, dass da was anders ist. Ich weiß nur nicht was, ich würd mich für dich freuen, doch ich weiß, du bist einer von den Guten, Den guten Geistern, den guten Seelen, einer von den Guten unter den Schlechten, einer von den Guten hinter den Besten. Alles ist relativ, relativ einfach und ist nur so gut, wie man sich fühlt. Hey, du siehst fantastisch aus, das kenn ich von dir gar nicht. Brust raus, Bauch rein, keiner macht dir heut was vor. Du könntest König aller Welten sein, du kämpfst gegen Aliens und das Böse. Du hast alles im Blick, bist bereit für jeden Kick. Mit jedem Augenaufschlag bist du ein Stück, naja, am absoluten Glück. Ja, ich weiß, du bist einer von den Guten, den guten Geistern, den guten Seelen, einer von den Guten unter den Schlechten, einer von den Guten hinter den Besten. Alles ist relativ, relativ einfach, man ist nur so gut, wie man sich fühlt. Du bist ein Top-Typ, für die anderen bist du das, was sie nicht sind. Hast immer Rückenwind, du bist ein Top-Typ, Tip-Top, Top-Typ, Tip-Top, Top-Typ, Top-Typ, Du bist einer von den Guten, den guten Geistern, den guten Seelen, einer von den Guten unter den Schlechten, einer von den Guten hinter den Besten. Alles ist relativ, relativ einfach, man ist nur so gut, wie man sich fühlt. Alles ist relativ, relativ einfach, man ist nur so gut, wie man sich fühlt. Oh, 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 oh. Ah